Bei der Weidehaltung von Rindern ist eine regelmäßige Kontaktpflege des Halters mit seiner Herde essentiell, sonst tritt mit der Zeit der sogenannte Verwilderungseffekt ein. Im besten Fall sollte sich der Rinderhalter täglich in der Nähe seiner Herde aufhalten. Bei der Annäherung an die Herde sollte der Landwirt, wie hier zu sehen, langsam gehen, ohne hektische Bewegungen. Zur Sicherheit hat er einen Stock dabei, den er jedoch versteckt hält und nur im Notfall einsetzt. Dann spricht der Landwirt die Tiere mit ruhiger Stimme an, damit sie mit ihm Kontakt aufnehmen. Bei dieser Limousin-Herde sieht man, dass viel Kontakt da ist, die Tiere zeigen kein Fluchtverhalten. Will der Halter ein Tier nach vorne in Bewegung setzen, nähert er sich der Kuh seitlich von hinten. Bleibt dann wieder kurz stehen, damit für das Tier kein unnötiger Stress entsteht.